Hallo, ich bin Hannes Jenig. Ich habe eine neue Doku gedreht für CTF. Die läuft am 31.05. mit dem Titel Im Einsatz für das Schwein. Einer unserer Hauptdrehorte war das Land der Tiere in Mecklenburg-Vorpommern. Eine großartige Einrichtung, der Tiere ein wirklich lebenswertes Dasein fristen dürfen, die vor dem Tod in der Massentierhaltung, beziehungsweise besser gesagt der Massentierschlachtung, bewahrt wurden. Ich finde die Leute, die das betreiben, großartig. Ich finde die Einrichtung toll. Man kann Patenschaften übernehmen. Macht großen Spaß, eine kleine Schweine-Patenschaft zu haben. Und ansonsten bitte einschalten, gucken und das Land der Tiere unterstützen. Danke.